Ja, also extreme Freude. Alles, was wir uns erhofft haben, ist eben heute ein Sieg. Dafür haben wir in der zweiten Hälfte auch alles getan und ich glaube, dass wir dann belohnt worden sind. Hast du gemerkt, dass die erste Hälfte schon verunsichert? Was ist dann die zweite Hälfte besser? Ja, richtig. Die erste Hälfte haben wir uns einfach vorgenommen, dass wir kompakt stehen, dass wir hinten die Defensive in den Griff kriegen, dass die Ordnung passt bei uns, dass wir eben kein Gegentor kriegen wie die Wochen zuvor. Das hat super geklappt. Dadurch haben wir uns dann vorgenommen in der zweiten Hälfte, dass wir alles reinhauen und jetzt auf Angriff spielen und auf Sieg. Aber die erste Hälfte ist jetzt ein bisschen in der Luft, oder? Ja, aber schwierig. Ich glaube, die meisten Bälle, die ich gekriegt habe, waren hohe Bälle. Die sind natürlich für mich sehr schwer zu verarbeiten. Ja, der Platz ist auch nicht optimal, dass man da jetzt spielerisch viel nach vorne lösen kann. Aber ja, damit muss ich umgehen und muss einfach darauf warten, bis ich meine Chance kriege und dies dann zum Glück am Ende noch kommen. War dann immer alles zu schwer zu machen, oder? Ja, natürlich. Aber als Stimme zählen Tore und egal wie, ich bin froh, dass ich ein Tor gemacht habe und wir gewonnen haben. Triffst du ja wie ein Fließband mehr oder weniger. Warum macht dir diese Krise irgendwie nichts aus? Ja, ich konzentriere mich da auf mich. Also ich finde, dass der Druck dazugehört im Fußball. Das ist egal, wo ich gespielt habe, war ein Druck da. Man will einfach alles zeigen in 90 Minuten. Das nehme ich mir Woche für Woche vor. Ich hau alles rein und ja, oft wird man belohnt, oft aber auch nicht. Und im Moment schaut es super aus. Warum war es dir so wichtig, nach dem Tor danach zu zeigen, dass der Flo klein wird? Was ist das für den Fans? Ja, natürlich habe ich mitgekriegt, was die letzten Wochen waren. Ja, ich finde persönliche Kritik, so wie es beim Flo war, ist natürlich nicht optimal und nicht schön. Das kann keiner brauchen. Aber ich verstehe den Unmut der Fans ganz klar in der Situation, wo wir sind und wie wir halt auftreten sind die letzten Wochen. Aber ja, der Flo gibt einfach jeden Tag 100 Prozent. Jetzt kenne ich ihn schon fast eineinhalb Jahre oder zwei Jahre. Ich finde, er ist ein Vorbildprofi, ein Vorzeigespieler und ich habe mir schon so viel abschauen können in der Zeit mit ihm. Deswegen war ich einfach froh, dass er sich gemacht hat und er sich jetzt wieder belohnen hat können. Du hast ja zwei Heimspiele in Folge gewonnen, zweimal zu Null. So gewinnt man die Fans zurück, oder? Ja, das hoffe ich, weil wir brauchen die Fans. Wir haben gesehen, zweite Hälfte, wenn sie wieder da sind, was wir dann zeigen, wie wir dann wieder reingehen. Ja, wir bewegen uns mehr, wir laufen mehr, wir kämpfen mehr. Es passt dann alles besser und wir brauchen auf jeden Fall die Fans. Seid ihr einen Punkt am Hardback dran? Es tut auch gut zu merken, dass dieses Oberarbleuf schon noch eine Neugweite ist. Ja, natürlich, das war unser Ziel von Anfang an. Das ist unser Ziel jetzt noch. Das werden wir auch weiter daran hart arbeiten und im Endeffekt zählt dann, was am Ende rauskommt. Jetzt auf Abruf in der Länderspielpause und wenn es so weiter geht, dann vielleicht einmal ein Tipps dabei für mich. Ja, es wäre ein Riesentraum für mich. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht einmal noch erträumen können. Jetzt im Moment bin ich gleich zum dritten Mal auf Abruf. Das macht mich unglaublich stolz. Das motiviert mich. Ich glaube, das zeige ich auch im Moment und ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Chance bekomme. Danke. Gerne. Danke. Danke.